das game heißt escape from tarkov ich bin ich und er ist er paddy und wir haben beide absolut kein plan was wir hier tun okay ich weiß aber sogar wo wir sind wie so ein trailer park und da drüben ist ein sponpunkt muss ja irgendwo die eight miles sein ok fuck it wir wollten zur alten gas station was ist ein ausgang zb 1011 ok lass uns losgehen ich glaube über den parkplatz hat jemand geschossen oder hast du das nein so gerade angerannt gekommen rechts neben mir geradezu die rechts rum ja sucht immer hier müssen ich bin jetzt genau seiner seite kompakt wird und die ausgesehen er entweder mir irgendwo ich glaube schon dass ich ihn getroffen habe ich glaube nicht dass er tot ist war hinten am zaun oder was er war hinterm zaun hinter dem trailer der steht dem langen grünen hänger meinst du jetzt sind wir gleich beim grünen hänger jetzt sind wir beim grünen pfeiler nicht puh auf der anderen seite digga hilfe da bist du gerade zum grünen trailer gerannt du hast du ja sag mal dir doch alter hast du heilungszeug ne ich habe gar nichts mehr ich habe nur eine pistole und zwei und zwei magazine ich habe ja auch nichts mehr ich glaube ich blute geradeaus du hast du das ja spiel ist nichts für mich von wo kam das weiß ich nicht jemand hat von mir von links auf mich geschossen wo wir hergekommen sind jetzt werde ich angeschossen oben vorne beim tor wo der hecke ran kam es ich bin tot in die runde nicht ein schuss gefallen du hast du heilungszeug bei ne er hat ne brille bei und ein helm toll denn du hast du denn Fuck!